Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riever. Guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Grüß Gott und guten Abend zu BR24. Das bewegt Bayern heute, die Abendschau mit Roman Roll. Servus zusammen, heute Abend um neun, ja da rollt der Ball. Willkommen zur Abendschau und willkommen im Wochenende. Hallo zu Frankenschau aktuell. Hallo und willkommen zur hessenschau heute an diesem Sonntag. Es ist 19 Uhr. Hier ist das MDR Thüringen Journal. Guten Abend. Guten Abend. Hier ist der MDR Sachsenspiegel mit Gesine Schötz. Guten Abend. 21,45 in der Info. Guten Abend. Das Wetter heute, das war ja wie früher die Ansage beim Topfschlag. Guten Abend. Hallo und herzlich willkommen zum Hamburg-Journal an Tag 2 aus unserem neuen Studio. Guten Abend und herzlich willkommen. Hier ist der Blick ins Land an diesem Sonntag. Es ist 19.30 Uhr. Hier ist das Nord-Magazin. Mit Annika de Buhr und Thilo Tautz. Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Guten Abend. Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Hallo Berlin, schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Abendschau. Sitzen Sie bequem? Guten Abend Brandenburg und ganz herzlich willkommen. Aktuell um 18 Uhr. Guten Abend. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. SWR aktuell 19.30 Uhr. Das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz. Mit Florenz Herbst und Sascha Becker. Guten Abend. Die Nachrichten für Baden-Württemberg mit Michael Saunders. Guten Abend meine Damen und Herren. Und jetzt die Aktuelle Stunde. Manches geht schneller als man denkt. Die Spitzen von FDP und Grünen haben sich überraschend schon getroffen. Hier ist WDR aktuell mit Michael Dietz. Einen schönen guten Abend. Schön, dass Sie bei uns sind. Jetzt live aus Dortmund. Ihre Lokalzeit. Mit Jessica Blöhm. Schönen guten Abend und herzlich willkommen. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen. Jens Riever. Jens Riever. Guten Abend. Guten Abend meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Halweg. Guten Abend und willkommen. Schön, dass Sie dabei sind, wie auch Norbert Lehmann für den Sport. Nachrichten aus Europa und der Welt. Guten Abend. Hallo, ihr Lieben. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Deutschlandfunk. Phönix, der Tag. Eine Sommerpressekonferenz. Heute ist Montag, der 1. Mai. Die Nachrichten. Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio. Untertitelung des ZDF für funk, 2017